Um Vergebung zu erlangen, ist Reue unerlässlich, Gott warnte die Israeliten, seine Gesetze zu achten und ihnen zu gehorchen, das Volk wird gedeihen, wenn es gehorcht, aber es wird schreckliche Konsequenzen erleiden, wenn es nicht gehorcht. Gott warnte die Israeliten, seine Gesetze zu achten und ihnen zu gehorchen, das Volk wird gedeihen, wenn es gehorcht, aber es wird schreckliche Konsequenzen erleiden, wenn es nicht gehorcht. Gott erklärte, wenn Israeliten seine Gesetze missachten, würden sie unterworfen und von ihren Feinden regiert werden, die sie gefangen nehmen und in die ganze Welt zerstreuen würden. Jehova bot auch einen Weg für die Wiederherstellung der Israeliten, wenn sie später von ihren Sünden Busse tun. Gott sagte, er würde ihnen ihre Sünden vergeben, sie aus der Gefangenschaft herausführen und sie wieder in ihr verheißenes Land einsetzen. Gott sagte, nun wird es geschehen, wenn all dies über euch kommt, der Segen und der Fluch, die ich euch vorgelegt habe. Und ihr euch daran erinnert unter allen Völkern, wohin der Herr, euer Gott, euch treibt, und ihr kehrt zurück zum Herrn, eurem Gott, und gehorcht seiner Stimme, gemäß allem, was ich euch heute gebiete, ihr und eure Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass der Herr, euer Gott, euch aus der Gefangenschaft zurückbringt und sich eurer erbarmt und euch aus allen Völkern wieder einsammelt, wohin der Herr, euer Gott, euch zerstreut hat. Wenn jemand von euch in die entlegensten Winkel unter dem Himmel vertrieben wird, wird der Herr, euer Gott, euch von dort sammeln und von dort bringen. Dann wird der Herr, euer Gott, euch in das Land bringen, dass eure Väter besaßen, und ihr werdet es besitzen. Er wird euch gedeihen lassen und euch mehr vermehren als eure Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst, Deuter Unomium 30, 1-6. Lektion Gott hasst die Sünden Aber er liebt die Sünder, die von ihren Sünden umkehren. Jehova wird keinen Sünder abwerfen, der von seinen Sünden umkehrt und sich ihm zuwendet. Er wird Barmherzigkeit zeigen und dem Menschen die Freude der Errettung wiedergeben, die ihm durch seinen Sohn Jesus Christus zuteil wurde. Dennoch ist es wert, und betont, dass Gott einen unbußfertigen Sünder noch immer nicht in seinen Weinberg aufnehmen kann, bis er Busse tut. Busse muss geübt werden, bevor er seine liebenden Arme zur Wiederherstellung ausstrecken kann. Mit anderen Worten, Busse muss der Vergebung vorausgehen. In der Zwischenzeit kann die Vergebung der Sünden nur durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz für die Sünden aller Menschen gestorben ist, erlangt werden. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu wird jedem Sünder die Vergebung der Sünden zuteil. Deshalb muss jeder Sünder demütig vor Gott treten, um durch den Namen Jesu Christi um Vergebung zu bitten. Wenn dieser Schritt getan ist, werden die Sünden der Person vergeben. Und ihr Name wird in das Buch des Lebens geschrieben werden. Das Gebet, lieber Gott, ich bereue all meine vergangenen Fehler, ich bereue all meine Sünden und bitte um Vergebung im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Bitte schreibe mir deine Gesetze in mein Gedächtnis und lass mich ihnen bewusst gehorchen, damit du glücklich sein kannst, dass es mir gut geht. Segne mich mit deinem Heiligen Geist, damit ich anfange, ein heiliges und annehmbares Leben vor dir zu leben, damit ich mich für dein ewiges Königreich qualifizieren kann. Denn im Namen Jesu Christi stelle ich meine Bitten. Im Namen Jesu Christi erhebe ich meine Bitten.